Ja, ein Spanzen-Wulz-Gewirkslied, da geht's um Mord und Totschlag, und am Schluss wird ein abgeschlagener Kopfbereicht. Also wie sie sagen, follow me up to Carlo. Ja, ein Spanzen-Wulz-Gewirkslied, da geht's um Mord. Ja, ein Spanzen-Wulz-Gewirkslied, da geht's um Mord. Ja, ein Spanzen-Wulz, da geht's um Mord. Ja, ein Spanzen-Wulz-Gewirksship Sounds goatsŞld. Das war's, das war's, das war's. Vielen Dank. Vielen Dank.